So meine lieben Freunde, lasst uns die Maske des Alltags ablegen und ein wenig Spaß haben. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich möchte in diesem Video mein Photoshop Tutorial fortsetzen. Wir kommen zum zweiten Part. Ihr seht hier eine schöne Zeichnung, die hat eine gute Freundin von mir angefertigt. Ihr Name ist, jetzt dauert das einen Moment kurz, Zara. Genau, eine gute Freundin von mir hat dieses Bild angefertigt und das möchte ich jetzt für dieses und für das folgende Tutorial auf jeden Fall verwenden. Für spätere Tutorials wahrscheinlich nicht. Ich werde es auf jeden Fall fertig malen und dann wahrscheinlich auch euch zeigen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall möchte ich es dann zu Zara zurückschicken. Sie wird sich vielleicht etwas freuen. Ich habe natürlich die Erlaubnis von ihr bekommen, dieses Bild zu verwenden. Ich habe hier schon mal eine Skizze für uns angefertigt, die werde ich in die Videobeschreibung packen. Als Download-Link, dann könnt ihr die mal runterladen. Besteht nur aus zwei Ebenen. Einmal eine Hintergrund-Ebene und die Skizze an sich. Ihr könnt auch eigene Skizzen verwenden für das Tutorial und für die folgenden Tutorials, aber vielleicht ist es mit meinen Skizzen etwas besser nachzuvollziehen, was ich hier tue. Die Skizze ist nicht perfekt, auch die Zeichnung ist nicht perfekt, aber ich bin sehr zufrieden und ich denke, das, was ich zeigen möchte, werde ich hinbekommen. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Nein, Quatsch. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und so fangen wir auch gleich mal an. Wir brauchen auf jeden Fall drei neue Ebenen. Eins, zwei und drei. Ups, das war eine zu viel. Nicht schlimm. Oder doch, nein, wir nehmen vier. Ist alles richtig. Vier wäre richtig gewesen. Ich habe mich sowieso verzählt. Vier war schon richtig. Wir nehmen erstmal die Ebene 1. Das wird die Ebene Gesicht oder Haut, wie ihr wollt. Ich nenne es jetzt Haut. Die zweite Ebene wären die Haare. Haare. Die dritte Ebene wäre dann die Maske. Maske. Und die vierte Ebene, die Hand. Upsala. Hand. Fertig. Alles klar. Das sind unsere Ebenen. Wir können diese Ebenen auch farbig markieren, damit wir uns das besser merken können vielleicht. Indem wir hier einfach einen Rechtsklick auf das Auge machen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Farbe auszuwählen. Zum Beispiel können wir jetzt machen, für die Haut nehmen wir jetzt beispielsweise Rot. Für die Haare nehmen wir Orange. Für die Maske nehmen wir Grün. Und für die Hand nehmen wir beispielsweise Blau. Dann haben wir hier vier verschiedene Farben und vier verschiedene Ebenen. Dann können wir uns das vielleicht ein bisschen besser merken für zukünftige Bearbeitungen. Das müssen wir aber nicht tun. Das spielt eigentlich keine Rolle. Auf jeden Fall sind die Namen wichtig, sonst seht ihr da vielleicht später nicht mehr durch. Und Farben sind auch an sich nichts verkehrtes. Definitiv nicht. Wir werden in diesem Video nur die Flats malen. Also noch nicht zum Shading kommen. Also relativ einfach. Wir werden nur wirklich die Flats malen. Also quasi die flachen Flächen, die wir dann später schattieren. Wir fangen an mit den Haaren. In dem Fall, ja, fangen wir mit den Haaren an. Suchen uns einen schönen Grauton. Wir malen wieder Grau. Also schwarz, weiß, graustufig. Suchen uns einen schönen Grauton hier aus. Können uns den Farbwähler ein bisschen, also den kompletten Farbwähler uns angucken. Dann kann ich euch auch hier unten den Code ansagen. Also hier die Nummer, welche Farbe ich genommen habe. Wir nehmen, welche nehmen wir? Wir nehmen 9999999. Alles 9. Das nehmen wir jetzt einfach. Ist leichter zu merken. Für euch vielleicht. Wenn nicht, schreibt es euch auf. Und damit malen wir jetzt die Haare. Wir können die Farbe später noch ändern. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn wir merken, dass es zu dunkel oder zu hell ist. Und malen jetzt einfach mit einem harten Pinsel. Also die Härte auf 100%. Malen wir jetzt einfach die Fläche aus. Die Haare. Die komplette Fläche. Wir malen auch da, wo die Maske ist, Haare hin. Falls wir die Maske im Nachhinein nochmal verschieben möchten. Vielleicht ein wenig. Wir werden die Haare an der Stelle dann schon ein bisschen grob vormalen. Aber es ist besser, wenn wir jetzt gleich damit anfangen, als dann am Ende zu merken. Oh, die Position der Maske oder der Hand oder so. Das passt mir so nicht. Und dann fangen wir plötzlich an, das alles nachzukorrigieren. Dann ist das ein bisschen komplizierter. Das werdet ihr dann vielleicht am Ende sehen, was ich meine. Falls ich das Bild dann mal fertig male mit euch zusammen. Aber auf jeden Fall, wenn die Haare dann fertig sind, kann ich es euch mal demonstrieren. Das machen wir auf jeden Fall im nächsten Video. Dann machen wir die Haare komplett fertig im nächsten Video. Und, ähm, genau. Und dann vielleicht werde ich dann in folgenden Videos vielleicht eine andere Skizze verwenden. Und die hier dann offscreen fertig malen. Oder ich werde auch weitere Videos mit der Skizze machen. Das werde ich dann noch entscheiden. Spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Genau. Ich finde das Motiv eigentlich relativ interessant. Das Mädchen mit der Maske. Sie scheint gerade die Maske abzusetzen. Und sie lächelt. Sie scheint darüber glücklich zu sein. Auf jeden Fall malt hier schön vorsichtig lang. Es muss nicht zu genau sein. Vor allem nicht bei den Haaren. Da spielt das gar keine Rolle. Das werdet ihr dann spätestens im nächsten Video sehen. Warum das nicht so die Rolle spielt jetzt. Also zumindest nicht bei dem Stil, den ich anwenden möchte. Da spielt das jetzt nicht so die große Rolle. Die kleinen Haare, die hier ins Gesicht gehen. Also die dünnen einzelnen Haare. Die lassen wir jetzt weg. Genauso wie hier dazwischen. Das lassen wir weg. Und auch hier diese Strähnen, die hier den Hals runter gehen. Werden wir nicht komplett malen. Also als Flat. Und das werdet ihr dann sehen. Warum im nächsten Video. Das spielt nicht so die Rolle jetzt. Wichtig ist erstmal, dass ihr die Fläche komplett ausmalt. Und das wirklich nur ganz grob. Ihr müsst euch da nicht zu viel Gedanken machen. Ihr könnt das im Nachhinein immer noch alles korrigieren. Macht es erstmal nur ganz grob. Und das war es dann eigentlich auch schon. Es hat jetzt nicht lange gedauert. Und fertig ist das Ganze. Genau. Das gleiche machen wir mit dem Gesicht. Als nächstes die Haut. Oder Gesicht. Ihr könnt auch Gesicht hinschreiben. Wie ihr wollt. Wir schreiben mal Gesicht hin. Gesicht. Ups, habe ich mich vertippt? Ich glaube ja. Gesicht. Jetzt haut es hin. So. Genau. Das Gesicht. Dann nehmen wir auch eine Farbe. Eine hellere Farbe aber. Wir nehmen dafür. Wir nehmen dafür alles Cs. Genau. So. Ups, das war ein C zu viel, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder vielleicht sogar ein paar mehr als nur eins. Aber ist egal. Sechs Cs an dieser Stelle. Und dann malen wir das Gesicht. Das ist eine Ebene tiefer. Deswegen müssen wir da jetzt überhaupt nicht aufpassen. Ich kann auch einen riesengroßen Pinsel nehmen und eh mal so lang ziehen und fertig ist das Ganze. Es wird ja im Grunde von den Haaren verdeckt. Deswegen müsst ihr euch da jetzt nicht zu viel Gedanken machen. Ich sehe gerade, dass ich bei den Haaren hier unten noch einen kleinen Fehler habe. Das werde ich nochmal nachkorrigieren. Mit der gedrückt gehaltenen Alt-Taste kann ich die alte Farbe aufnehmen. Das hatten wir ja schon bei der Kugel. Und hier nochmal nachkorrigieren. Wie gesagt, das ist alles kein Problem. Das könnt ihr alles im Nachhinein nochmal nachkorrigieren. Gut. Als nächstes machen wir dann die Hand und die Maske. Genau. Die Hand und die Maske. Wir machen die Hand einfach mit derselben Farbe, wie wir die Haut gemacht haben. Würde ich behaupten. Macht, denke ich mal, am meisten Sinn. Und ja. Wie gesagt, das ist nicht sehr schwierig. Ich glaube, das sollte eigentlich jetzt bereits verstanden sein. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich schon ausgemacht haben. Und ist schon ihr eigenes Bild an. Also, also soweit malen, dass ihr die Flats habt. Und das ist auch okay. Ihr müsst euch das Video hier nicht zu Ende angucken. Vielleicht seht ihr noch irgendwas, was ihr jetzt vielleicht nicht wusstet. Aber ich glaube nicht, dass ihr da jetzt groß was lernt in dem Video hier. Wie gesagt. Ihr könnt auch ein bisschen drüber malen. Erstmal interessiert das jetzt nicht so sehr. Wir können das dann später, wie gesagt, alles noch korrigieren. Genau. Zurück zu dem Bild. Ich wollte was über das Bild erzählen. Ich finde das wirklich sehr interessant. Das gefällt mir. Wie gesagt, sie scheint relativ glücklich darüber zu sein, die Maske abzusetzen zu können. Vielleicht ist das ihre Maske, die sie im Alltag trägt. Und sie ist endlich glücklich, diese Maske ablegen zu können. Vielleicht hat sie ein bisschen Spaß in dem Moment mit dem Menschen, der vor ihr steht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr interessant das Bild. Gefällt mir. Ich mag es. Und nun kommen wir zu der Maske. Ja, genau. Die Maske. Ja, welche Farbe nehmen wir da? Ich gucke nochmal kurz aufs Original. Eigentlich relativ wie die Hautfarbe. Ein Ticken dunkler, würde ich sagen. Zumindest im Originalbild von Zara. Dann machen wir das jetzt auch so. Machen es einen Ticken dunkler. Und nehmen... Wir nehmen... AF, AF, AF. Okay. Und werden jetzt die Maske machen. So. Na gut, das ist vielleicht schon zu dunkel. Wir nehmen nochmal einen neuen Ton. Wir nehmen B, 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 B. Das ist schon besser. Genau. Also 6 Bs. Genau. Und malen jetzt die Maske. Warum habe ich die Maske eigentlich vorhin komplett... Das fällt mir gerade eben erst auf. Die Haare komplett... Die Maske entlang gemalt. Das war natürlich vollkommen falsch. Ähm... Das war natürlich vollkommen falsch. Das fällt mir jetzt gerade eben erst ein. Oh nein, was habe ich da nur getan? Warum habe ich das gemacht? Das fällt mir gerade eben erst ein. So. Das brauchen wir natürlich nicht. Dort oben die Ecke. So. So reicht es vollkommen aus. Wenn wir es so machen. So. Jetzt haut es hin. Tut mir leid. Da habe ich einen kleinen Denkfehler gehabt. Warum auch immer. Das kann passieren. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Da können wir auch wieder einfach über die Hand drüber malen. Das spielt keine Rolle. Weil die ja eine Ebene höher ist. Da kann nichts passieren. Also ihr müsst da nicht zu genau sein bei der Hand unten. Das spielt keine Rolle. Gut. Und damit ist eigentlich schon das Bild... Also die Flats eigentlich schon so ziemlich fertig. Wie gesagt, wir können das noch ein bisschen nachkorrigieren. Ihr könnt auch die Skizze ausschalten. Dann seht ihr, wo ihr noch ein bisschen gepatzt habt vielleicht. Oder halt die Skizze vielleicht nur auf 50% Deckkraft oder so stellen. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Wo ihr noch nicht ganz gerade seid. Zum Beispiel hier kann man das jetzt ganz gut sehen. Das kann ich jetzt, wie gesagt, sehr gut sehen. Upsala, da war ich auf der falschen Ebene. So. Jetzt haut es hin. Genau. Dann kann man das sehr gut sehen. Vielleicht noch ein bisschen weniger Deckkraft. Dadurch kann man es noch ein bisschen besser sehen. Wo man halt nicht ganz gerade war. Aber das spielt, wie gesagt, jetzt nicht so die große Rolle. Es muss nicht perfekt sein erstmal. Das korrigieren wir später vielleicht mal. Wenn wir die Maske dann malen. Das soll uns nur erstmal einen groben Anhaltspunkt geben. Wie... Also die Position der Maske etc. Dass wir das grob einschätzen können, wie das dann fertig aussieht. Darum geht es einfach nur. Dass wir das dann schon mal als flache Ebene haben auch. Ihr könnt auch die Leinwand drehen. Das geht hier über dieses Tool. Falls das nicht aktiv ist, könnt ihr auch... Also dann wird das Handwerkzeug dort sein zum Beispiel. Dann könnt ihr... Gut, was heißt zum Beispiel? Es wird dann so sein. Dann könnt ihr einfach gedrückt halten und hier zum Ansichtdrehung-Werkzeug wechseln. Mit der R-Taste auf der Tastatur könnt ihr da auch hin wechseln. Also wenn ihr auf dem Brush seid, auf dem Pinsel, mit der B-Taste könnt ihr da auch hin wechseln. Dann könnt ihr R drücken, drehen, wieder B drücken und weiterarbeiten. Ich habe auf meinem Grafiktablett auch Express Keys, beziehungsweise in meinem Fall ein Touch Wheel dafür. Und kann das während des Malens jederzeit drehen. Dadurch macht sich das vielleicht ein bisschen leichter. Und ich kann dann hier oben vielleicht ein bisschen besser nachkorrigieren. Weil es zieht sich einfach von oben nach unten logischerweise besser. Mit der Escape-Taste kann ich es jederzeit dann wieder in die korrekte Position bringen. Gut, damit ihr das auch mal gesehen habt. Also mit der R-Taste könnt ihr das drehen. Und mit Escape könnt ihr es wieder rückgängig machen. Falls ihr es mal braucht, könnt ihr das machen. Wie gesagt, da malen sich einige Sachen sicherlich ein bisschen besser. Ich werde das jetzt nicht komplett fertig korrigieren. Spielt gar keine Rolle. Wie gesagt, es ist erstmal nicht so wichtig. Wir machen sowieso die Haare als nächstes. Und die müssen nicht so perfekt sein. Das reicht so vollkommen aus, wie ich es hier habe. Das reicht vollkommen aus. Ihr werdet das schon sehen. So wie ich das hier habe, so kann das bei euch dann auch aussehen. Das reicht vollkommen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich könnte euch noch zeigen, falls euch jetzt irgendeine Farbe nicht gefällt. Zum Beispiel die Haare. Dann könnt ihr auf Bild, Korrekturen und Helligkeit und Kontrast gehen. Und könnt jederzeit die Helligkeit noch anpassen. Wenn ihr zum Beispiel merkt, oh, die Haare waren zu hell, dann könnt ihr ein bisschen dunkler. Oder die Haare sind zu dunkel, dann könnt ihr auch ein bisschen ins Hell gehen. Äh, in die hellere Farbe. Genau. Falls ihr das, ähm, machen wollt. Falls ihr merkt, oh, naja, vielleicht. Aber das könnt ihr im Nachhinein immer noch ändern. Also wenn das Bild quasi fertig ist oder fast fertig ist, dann könnt ihr jederzeit immer noch die Farben, Kontraste, etc. alles ändern. Das spielt keine Rolle. Gut, so wie es jetzt ist, würde ich es erstmal lassen. Wir haben die Flats auf vier Ebenen und die Skizze haben wir hier auch, logischerweise. Ich lade euch auf jeden Fall meine Skizze, also das Bild, genau so, habe ich hier irgendwo in die Skizze reingemalt. Ja, da habe ich in die Skizze reingemalt. Ich lade euch das Bild auf jeden Fall so hoch. Ohne die Flats. Und dann könnt ihr die Flats selbst malen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video und machen die Haare. Falls ihr die Haare nicht als erstes machen wollt, überspringt einfach das nächste Video und guckt euch dann die Haare später an. Wir machen auf jeden Fall die Haare als erstes, also ich mache die Haare als erstes. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Reingehauen.